Nachhaltigkeit und Mehrweg sind starke Themen. Immer mehr Unternehmen werden jetzt aktiv und wir haben dazu die passenden Produkte. Der Aroma to Go 2.0 von Kossiol ist einer unserer Lieblinge. Der doppelwannige Kunststoffbecher hat eine Isolierleistung und die Besonderheit ist der Deckel. Er hat drei Lamellen, dadurch sitzt er sauber auf, schließt sauber ab und wackelt nicht. Und Kossiol spielt immer mit dem Charme bei den Produkten. In dem Fall werden Sie bei jedem Schluck mit dem Lächeln begrüßt. Made in Germany bedeutet vor allem Qualität. Der Becher ist geruchsneutral, geschmacksneutral und für die Spülmaschine geeignet. Und vielleicht sorgt der Deckel dafür, dass man nicht so viel verschüttet.